Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann. Und jeder Mann hat seinen Liebesroman. Ich bin aufgewachsen im Borreter Osten, Leipziger Straße. Und da ist meine Heimat, da wo ich jetzt auch wohne. Und ja, ich bin aufgewachsen als Jüngster von neun Kindern. Wir hatten eine tolle Familie, eine riesige Familie. Bei uns war immer was los. Bei uns in der Siedlung waren ganz viele Freunde und Kinder. Und es war eine sehr, sehr kinderreiche Siedlung bei uns. Und wir hatten alle viel Spaß und waren viel draußen, viel durch die Wälder geströmt. Und wir hatten keine multimediale Welt. Und wir sind wirklich im Sandkasten groß geworden quasi. Und ja, es war eine wunderschöne Kindheit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in meinem Leben. Also Familie, meine Frau, meine drei Kinder, meine Geschwister. Meine Eltern sind leider nicht mehr da. Aber ja, ich finde es ganz wichtig, dass man Rückhalt hat in einer Familie. Und ja, es gehört einfach dazu. Mein Sohn sagte, Papa, wir sind heute im Auto gesessen bei mir. Und ich habe zu meinem Kumpel rufen ihn und gesagt, schmeiß mal dein Handy an auf Shazam. Und dann hat er mir eine CD angelegt oder laufen lassen. Ein Lied geht um die Welt. Und ja, siehe da, da erscheint Winnie Biermann auf dem Bildschirm. Und da war der Kumpel total geflasht und sagte, wow, jetzt ist dein Vater ganz oben sozusagen. Also war schon eine tolle Geschichte. Ja, Plattdeutsch ist meine, meine, auch eine Leidenschaft von mir, die ich immer gerne spreche, wenn ich Leute treffe, die es auch können dann. Und ja, da bin ich mit groß geworden. Meine Eltern haben plattgesprochen. Früher bei uns im Kleingarten, auf der Arbeit, in meiner Ausbildung, im Bau wurde immer plattgesprochen. Und ja, und ich tue es auch sehr gerne. Und diese Ikumvalülen-Geschichte ist ja, sag ich mal, dieser Spruch kommt ja aus dem Herzen. Und da ist, ich sage immer, wenn einem das Herz überläuft und man sitzt irgendwo am Fernseher oder hört was Schönes und sieht was Schönes und sagt, mir geht das Herz über, dann sage ich immer Ikumvalülen, weil es ist ja schön. Und das haben früher schon die Großeltern gesagt, wenn die Kartoffelernte groß ausgefallen ist, dann haben sie auch gesagt, ja, Ikumvalülen, weil es ist ja fein. Und von daher stammt auch dieser Spruch und auch die Leidenschaft zum Plattdeutschen. Ja, Trackfahren, was fasziniert mich. Diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, in Anführungsstrichen. Wenn ich morgens losfahre, ich sehe jeden Morgen die Sonne aufgehen, wenn es nicht bewölkt ist. Und ich kann meine Liga hören und man ist sein eigener Herr und dieser Job ist einfach, weiß nicht, erfüllt mich sehr mit Freude und ich kann es auch gar nicht anders sagen. Also es ist einfach Leidenschaft zum Berufskraftfahrer, ist für mich eine Berufung und ja, dass ich dann jetzt auch noch meine Singerei damit in Verbindung bringen kann, ist natürlich ein Traum. Ich sage mal, ich lebe von meinem Beruf als Berufskraftfahrer, davon muss ich meine Familie ernähren, mein Haus bezahlen und ja, solange ich das von meiner Singerei nicht kann, bin ich hauptberuflich Kraftfahrer und leidenschaftlicher Hobbysänger. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es jetzt so weit nach vorne geht, dass ich da auch wohl leben könnte und ja, natürlich wäre das sehr schön, klar. Winnie, der sinnende Tracker ist ja ohne Track eigentlich nur die halbe Nummer und von daher denke ich mal, dass es immer auch bei den Auftritten immer wieder in Verbindung oder mit dem LKW gebracht wird. Und ja, wie gesagt, für mich ist das alles noch beides zusammen und ich möchte es auch gar nicht trennen eigentlich. Ja, ich bin eigentlich immer, ich stehe morgens auf und bin dann wieder am Flöten oder am Singen und ich weiß nicht, ich freue mich auf jeden Tag, wo ich morgens die Augen aufschlage und ich sage mal, ich mache meinen Beruf gerne und da kann ich meine Musik hören. Und ja, ich bin eigentlich immer ein positiver Mensch gewesen schon. Wo geht's da hin? Ja, wir haben jetzt mein erstes Album rausgebracht. Ich hatte meinen ersten riesig großen Fernsehauftritt beim Silbereisen. Und ja, wo geht's jetzt hin? Ich freue mich auf die nächsten Auftritte. Das nächste Album ist schon geplant, was gemacht wird. Und ja, ich lasse alles auf mich zukommen und freue mich, dass ich irgendwo jetzt was erreicht habe, wo viele tausend Menschen von Träumen, wo ich selber nie von gewagt habe zu träumen, was jetzt passiert ist mit mir. Und ja, wo geht's hin? Nach vorne geht's. Einfach nach vorne. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ja, das eine. Ja, das eine ist mir sonnenklar. Blond, brau. Ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist rot. Und doch gehört nur einer offenbar. Denn die eine, die ich meine Küsschen vermuss. Denn die eine, die ich meine Küsschen vermisse.